Mein Name ist Inga Nelle, ich bin Diplom-Sportlehrerin und leite den PSV zum Alten Römer in Frechen. Diesen Verein zeichnet aus, dass wir von der Basis bis in den hohen Leistungssport alles anbieten. Von Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, Menschen unterschiedlicher Herkunft haben bei uns alle ein Zuhause im Pferdesport. Tier frei bitte! Weil wir glauben, dass das Pferd eine Verbindung für alle Menschen sein kann. Und weil wir auch glauben, dass es den unterschiedlichen Menschen gut tut, wenn sie nicht immer nur um ihren eigenen Kosmos kreisen, sondern vielleicht auch nochmal nebenan ein bisschen gucken. Hier finden sich Schüler zusammen, die manchmal nicht so einfach sind, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal von der körperlichen, motorischen Einschränkung, aber eben auch vom Verhalten. Und hier ist angesagt, Arbeiten mit dem Tier, Erlebnis mit dem Tier. Sich im wahrsten Sinne des Wortes groß machen, also einmal von innen groß machen, auch sich was zutrauen. Ja, das hat schon... Also da erleben sich auch Schüler ganz anders und können sehr stolz auf sich sein. Also mir macht das Spaß, dass man da drauf sitzen kann und dass man die Arme auch heben kann. Ich finde das sehr schön und mein Wunsch war auch, dass ich ein Pferd kriege. Jawoll, sehr schön. Und dann machst du mal einen Grundsitz, beide Arme zur Seite. Einem Pferd ist es egal, woher man kommt. Einem Pferd ist es egal, was man kann. Und einem Pferd kann einem ganz viel Rückmeldung geben über das, was man tut. Wenn die Kinder hier einen guten Moment haben, wenn sie so was Tolles, so ein tolles Geschöpf wie das Pferd ehren lernen und wenn wir alle zusammen Spaß haben, und das haben wir ja, dann macht auch die Arbeit Freude. Tschüss! Tschüss!